Hallösschen und da sind wir wieder im siebten Stock von Mini Marius Ja, Dschungelfieber ist unser Kurs und wir haben nur noch ein Level zu bestehend und ich sehe gerade Horror Scheiße Ok Hey, geht schon mal voraus, ey Geh Ok, also wir haben noch zwei Hier ist auch noch viel, ne? Gut, ich hier so eine Blut gesetzt Oder? Ne, er geht hier oben Dann geht er wieder nach Rechts Dann lässt er sich von die Kay würfeln Geh Ich weiß, ich höre der Mini auf mich oder nicht Ja Geh Geh, die Kay ist freundlich in diesem Fall So Das ist ja nur die Karte Die Karte ist ja das Wichtigste In dem Fall So Jetzt nach unten Ach, geht schon schon ab So, weiter geht's Ich mach mal hier eine kurze Pause Wir sehen uns gleich wieder Ich muss mal kurz Ihr wisst schon wo Tschüss So, ich bin wieder da Wir machen weiter So, du gehst nach rechts Du holst mir die Karte Und dann gehst du zurück Ja, dann hast du es geschafft So, der Nächste bitte Wo ist denn der Nächste? Ich muss jetzt verlegen Und die beiden sind Okay Der wartet zu höflich Das ist cool Wo hast du das noch? Du wachtest Und der Nächste Gang Wie ihr seht Ich krieg das auch hin Er wartet hier Der geht drüber So Und dann Treffen wir auf Decay Decay I kick your ace Auf my Decay pose So, Decay pose Geh rüber Noch ein Stück Schuhe Komm Geh schon mal rüber So Nur noch einen Und dann sind wir wieder im Warum Decay Gut, dass noch nichts passiert Das war jetzt ein bisschen Zu einfach für die Karte Ja Halloween Geschurft Bam, Junge So, ein letztes Stock mehr So, gut seht ihr Wir haben den siebten Stock Minispiel-frei geschaltet Die 100% sind ja bald da Hier gibt es Wir gehen auf das Minispiel Okay, 6 Uhr 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 Ok Nein 12 Nein Oh nein, das wird jetzt knapp Leute Oh, das schaffe ich jetzt nicht mehr Ne, das schaffe ich nicht mehr Ne, das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Dabei zu viele Bomben da sind Zeit ist ja auch Mamma, Mia Ich musste Marys Spruch jetzt klauen Ja, über unsere Fertige rein Oh, auf geht's Mit Vielfalt gefühlt 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 8, 9, 10, 10, 10 Oh, das war glücklich. So, ich könnte jetzt nichts tun, aber ich mach's nochmal mit Sicherheit. Geschafft! Ziel erreicht! Geschafft! Jetzt hast du ja nochmal die Kirschlage. Spezielle Baukassenreihe kann nun in der Level-Baustelle verwendet werden. Jetzt wird die Kay in den Arsch gedreht. Okay. Ah, so. So. Okay, wir müssen so mit Bananenschalen, Alter. Okay, jetzt hab ich das verstanden. Ah! Okay, dieser Vogel geht mir jetzt ziemlich auf die... Ah, der erste Treffer. Schade, die Zeit hat so gesessen. Okay, es wird schwerer. Taut einfach mal, nock dir meinen kleinen Freund hier auf. Ich hab ja noch 33. Ich weiß nicht. Ah! Nein! Ja. So, die zweite Banane. Ey, da will mich doch einer ziemlich dolle verarschen, oder? Komm, Junge. Das ist die dritte Banane! Dieser Vogel geht mir ziemlich auf die Nüsse. Ich will jetzt hier... Komm! Dritte! Komm, Junge. Der Vogel ist... Ihr habt ihr gesehen? Dieser Vogel. Greif mal zwischen dir an. Ja! Getroffen! Noch ein Treffer, Leute. Und dann sind wir kurzer vor, die Kähne in den Arsch zu treten. Ah, toll. Ey, dieser Vogel war mir jetzt im Weg. Okay, nur nach 18 habe ich. 17 habe ich jetzt. Okay, das war... Okay, ein bisschen mehr nach da. Oh, schade. Habt ihr gesehen? Okay, das klappt. Komm, Junge. Nur noch 18 Sekunden. Nein, stück schon mal gelangt. Komm, nein. Ey, dieser Vogel, der steht mir übertrieben im Weg. Nicht geschafft. Wegen diesen Drecksvogel. Wegen diesen Scheißvogel. Wegen diesen Scheißvogel. Das ist ja überhaupt so schön. Wir machen den nächsten Part weiter. Und uns schlagen wir aschen die Kähne in den Arsch. Okay, Leute. Bis dann.